Hallo YouTube, ich bin's von eurem Amazon zu sehen, yo! Ja, was machst du denn da? Ich mach YouTube, was denn sonst... Ich weiß nicht, dass... Also, das ist so. Wenn du YouTube machst, ist das schon klasse. Aber das ist ein Wahnsinn, was der für ein Blödsinn redet. Das kannst du doch nicht gehen wollen. Was ist denn das, oder? Das wird ein kleiner Vlog und so. Also, dann sag ich mal auf Wiedersehen. Tschüss und bis demnächst, euer Masa.